Moin Leute und was geht ab zu meinem YouTube wieder auf meinem Kanal. Heute fahren wir immer noch zu 11. 22, Festbrunn. Wir waren genau da letztes Mal. Immer wieder alles festmachen. Und dann fahren wir gleich in den Markt rein. Passt! Fahren wir schnell. Es ist ziemlich finster. Wir brauchen nämlich bald eine Ampel-Dings nach oben. Ja, wir müssen wirklich ausliefern. Nein, wir müssen die mitnehmen, aber wir müssen auch noch schnell was im Markt holen. Eine 30 kmh Tafel. Da haben wir auch 30 kmh. Stuhl am Götz. Alleah, 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 alleah- Oh, ups. wir hängen da fest wir müssen jetzt eine kmh tafel mitnehmen die eine müssen wir oben lassen das kann man nicht erheben wenn wir jetzt genau schauen das ist da jetzt die brauchen wir mit die will man sowieso dann unten auch noch aufstellen die bleibt oben die nehmen wir auch gleich oben die ist sowieso die können wir auch oben lassen die brauchen wir nämlich noch jetzt brauchen wir nur kmh tafeln 30 nämlich 2-3 fahren wir gleich mit und dann brauchen wir auch noch 30 kmh wo keine mehr sind ich glaube mehr haben wir eh nicht mehr wie wir da haben umleitung umleitung da gibt es was zu haben ich bin mir nicht ganz sicher umleitung naja umleitung haben wir keine vielleicht können wir irgendwie was umleitung haben die nehmen wir auch gleich mit es wird nämlich aufgestellt ein paar sachen die müssen wir auch noch mitnehmen umleitung 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 drack proclaim drackidor die kurve haben wir eh gleich teil 11 ah da liegt was kriegen wir 1000 Euro oder so nochmal okay Ich muss da auch eigentlich runtergesperrt werden, aber irgendwie muss man ja runterkommen. Ich muss da auch wieder runtergesperrt werden. Runter vom Gas. Wie gesagt, runter vom Gas. Die schwarzeln da. Zehn Minuten ist noch Videozeit. Jetzt können wir die 30 Tafeln aufstellen und die Ampeltafel. Klasse. Da muss ich ja noch recht haben. Ich bin noch da hin. Eigentlich in der Leitplanke. Ja, sieht man, sieht man, sieht man. Am Tag sowieso mehr. Jetzt brauchen wir noch eine 30 Tafel. Oder ich habe mal die 20 jetzt nicht an der Hand. Hey! Da zipft man! Ich ist in der Nacht und die Autos schwaseln. Okay, da kann man es nicht herstellen. Dann nehmen wir ihn wieder zu unserem großen Traktor. Das ist er. Das ist unser Gebiet. Da kann ich nichts aufstellen. Ich habe nichts festgemacht. Dann fahren wir schnell wieder. Ja, der ist. Der fährt 263. Aber beim Bergauf ist er langsam. Gehen wir, gehen wir, gehen wir. Da geht er bergauf, da geht er wieder schneller. Gehen wir, gehen wir, gehen wir. Dann gehen wir, gehen wir, gehen wir, gehen wir. Das wird's nicht mehr. Das wird's nicht mehr. Wir machen das zusammen. Wir machen das zusammen. Eine Tafel, wenn wir noch mit der Vorlage drauf stellen, eine Ampel-Tafel, wenn wir noch brauchen. Aber dort hat eh keiner runtergeführt, für das brauchen wir da keine Ampel-Tafel hinstellen. Und 30 können wir auch nicht. Die eine Ampel, wo kann man die noch hinstellen? Ich verstehe nichts mehr. Warten wir gleich noch was ein, oder? Weil die haben wir schon lange gebaut. Da haben wir jetzt eine Farbe gebaut und das bauen wir gleich wieder mehr. Die nehmen wir noch mit, die eine. Weil die Wüste jetzt im Markt, genau im Markt müssen wir noch absperren. Das ist wichtigste Gefühl. Das ist wichtigste Gefühl. Das ist wichtigste Gefühl. So, einmal als nächstes abgestellt, davon müssen wir jetzt ein wenig aufpassen, dass wir da nicht zu stark vorbeifahren. Wir ziehen jetzt noch alle Ampeln auf grün, bald nämlich nicht mehr. Da können wir jetzt nicht runterfahren, oder? Ja, da kommen wir wieder vorbei mit dem Grusen. Da können wir auch nicht aufheben, da haben wir keine. Dann können wir auch noch absparen. Das wird aber ganz am Schluss gemacht, damit wir noch eins sind, statt dass wir da wirklich immer gleich rauskommen. Und dann können wir auch noch ein wenig aufhören. So, nächste Absperrung aufgebaut. Da ist eh nichts mehr oben. Die Bauarbeiten darf und bauen wir eigentlich auch nicht. Gehen wir schnell da runter. Gehen wir gleich um mich. Okay. Von unten kommt man ja raus. Ah ja, dann müssen wir unten noch absperren. Dann müssen wir da unten noch absperren. Dann müssen wir da unten noch absperren. Wenn da Tag ist, wenn da was zu sehen ist, dann machen wir die Ampeln auf rot. Dann haben wir schon mit. Genau, da kommt man ja rauf. Dann kann er aber nichts machen. Dann können wir da unten noch absperren. Dann kann ich da unten durchfassen. Dann soll ich doch gerne leer werden. Mein Tanzern stammt, oder sehr. Dann kann ich da unten draufieren. Du kannst ja nichts machen. Immer mehr! Steil morg! Wo bin die Helle? Wo immer das kommt, weil ich da nach vorne bin, bin ich da weg. Oh, und da ist es doppelt. Und da stieg ich oben. Und da bauen wir immer noch einer irgendwo. Ein Bild hätte man eigentlich gar keine brauchen, wenn man es so nimmt. Ich glaube, das ist jetzt das Letzte, das wir da unterhalten. Und dann ist ein F vorbei. Schau da ganz runter. Ja, Leute, das hat es gewesen, Teil 11 ist fertig. Tschau!